Darf ich vorstellen, Herr Emil Tischball? Wuhu! Ich hab nicht den Super-Kalbchen gehabt. Entschuldigen Sie, ist dieser Platz noch frei? Hier unten aufwenden, sonst muss ich dir leider Handschellen anlegen. Das Geld ist weg! Hier sieht alles so bunt aus, wir hatten großen Rummel. Und alle außer mir tragen die allerneuesten Fummel, und alle die Bahnen rasseln und die Autos schreien. Wer ist das denn? Wir standen vor dem Regeln, weil mich jemand nicht kennt. Ich bin jung, gut ausseht, Spezialagent. Ein Pops, was soll die lange Quaselei feststehen? An mir kommt keiner vorbeite. Das ist also der Pantentyp, der dir das Geld geklärt hat? Ja, genau, der mit dem steiligen Hut auf dem Kopf. Es war mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen allen zusammenzuarbeiten. Na 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 Vielen Dank.